Herzlich willkommen bei Emotions Insider. Die Hamburger Energiewerke versorgen die Hansestadt mit Strom und Fernwärme. Und das erklärte Ziel ist, dass das in Zukunft klimaneutral passiert. Zum Gelingen dieses Vorhabens tragen über 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei. In unserer heutigen Folge begrüße ich Hendrik Bergmann, den Leiter des Geschäftsbereichs Wärmenetze und dezentrale Erzeugung. Wir sprechen über seinen spannenden Werdegang, das Daily Business in seinem Bereich und über die Zukunftsperspektiven der Hamburger Energiewerke. Ich bin Mario Polster. Hallo! Ich freue mich, dass du heute da bist. Hendrik Bergmann ist heute mein Gast. Grüß dich, schön, dass du Zeit hast. Schönen guten Morgen, Mario. Schöne Grüße nach Wien. Das freut mich. Liebe Grüße auch zurück nach Hamburg. Bitte stell dich mal ganz kurz vor und vor allem auch deine Position bei den Hamburger Energiewerken. Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin 56 Jahre alt, bin verheiratet, habe eine Tochter, die hier in Hamburg studiert und bin von der Ausbildung her selber Verfahrenstechniker, habe in Bremen an der Universität studiert. Das ist auch mein Geburtsort und bin dann nach dem Studium sozusagen nach Hamburg gezogen, habe da verschiedene Aufgaben in unterschiedlichen Unternehmen gemacht, bevor ich dann Ende der 90er Jahre zum Energieversorger gekommen bin, bei dem ich heute auch noch weiterhin hier für die Fernwärme zuständig bin. Was sind denn dabei deine wichtigsten Aufgaben in deinem Geschäftsbereich? Du leitest den ja Wärmenetze und dezentrale Erzeugung. Was macht ihr da denn so? Also im Grunde genommen sind das zwei wesentliche Fernbereiche. Das eine ist der Betrieb des großen Fernwärmenetzes hier in Hamburg. Das ist ein sehr großes Netz mit über 850 Kilometern Trassenlänge. Damit gehören wir hier in Deutschland zu den Top 3, was die Fernwärme betrifft und sind auch eines der ältesten in Deutschland. Seit über 120 Jahren gibt es hier in Hamburg die Fernwärme. Und unsere Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, die Kunden tatsächlich auch mit Wärme versorgt werden. Das ist nicht nur im Winter wichtig, wenn es draußen kalt ist und die Wohnungen warm werden sollen. Natürlich auch im Sommer. Die Menschen wollen auch duschen können, wollen ihr Wasser zu Hause warm haben. Also insofern ist das auch ein Rund-um-die-Uhr-Geschäft, für das wir zuständig sind. Und an diesem Fernwärmenetz sind ca. 13.000 sogenannte Übergabestationen angeschlossen. Das ist quasi die Station, wo wir dann die Wärme an den Kunden übergeben. Und wenn das warme Wasser, was wir an den Kunden gebracht haben, ausgekühlt ist, kommt es wieder zurück und wir pumpen es wieder zurück in die Kraftwerke und Heizwerke. Und da wird es wieder warm gemacht und wieder zu den Kunden geliefert. Also ein ständiger Kreislauf im Grunde genommen. Das ist das eine große Tätigkeitsgebiet. Und das zweite sind die sogenannten dezentralen Erzeugungsanlagen. Neben den größeren Kraftwerken hier in Hamburg betreiben wir noch eine Vielzahl an Heizwerken und an Blockheizkraftwerken, die zum Teil selber direkt in das große Fernwärmenetz einspeisen. Oder auch lokal, wo wir mit dem Fernwärmenetz nicht vor Ort sein können, dann Kunden direkt vor Ort versorgen. Hinzu kommen noch erneuerbare Energien. Wir betreiben Windkraftanlagen hier in Norddeutschland, nicht nur in Hamburg. Und wir betreiben auch Photovoltaikanlagen auf vielen Dächern. Im Wesentlichen auch auf Norddeutschland konzentriert, ganz im Osten bis zur Hansestadt Greifswald und auch westlich von Hamburg. Und so sind wir dann an über 50 Standorten für dezentrale Erzeugungsanlagen hier zuständig. Das mache ich natürlich nicht alleine. Das machen wir im Team zusammen. Wir sind ca. 200 Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag rund um die Uhr sich um das Thema Versorgungssicherheit kümmern. Ja, dann das ist sicher eine große Aufgabe, wie du auch schon gesagt hast. Ihr seid da das ganze Jahr natürlich im Einsatz. Bei Fernwärmen denkt man natürlich zuerst an Heizen und so. Aber man darf natürlich auch im Sommer das warme Wasser und so nicht vergessen. Und ich höre auch ganz stark raus mit Photovoltaik und all den anderen erneuerbaren Energien und was ihr generell so macht. Es ist alles sehr stark auf Klimaneutralität ausgerichtet, oder? Das ist das ganz große Thema, was sicherlich nicht nur uns als Hamburger Energiewerke betrifft, sondern natürlich die gesamte Energiewirtschaft in Deutschland und auch in Westeuropa. Auch heute haben wir noch einen großen Anteil an fossilen Brennstoffen in der Energieerzeugung. Da wollen wir weg von und haben große Investitionsprogramme teilweise gestartet, teilweise auch noch vor uns, wo wir dann auch neue Anlagen errichten und Themen anpacken, die wir in der Vergangenheit bisher gar nicht hatten. Im Süden Hamburgs beispielsweise haben wir ein großes Projekt, wo wir eine Geothermie-Bohrung vorantreiben. Wir sind da bei über 3000 Meter Tiefe angekommen und hoffen und wünschen uns dann auch, wie in der Prognose vorhergesehen, dort warmes Wasser zu finden, was wir dann nutzen können für die Wärmeversorgung. Wir bauen einen sogenannten Aquifair-Speicher. Das Wort kannte ich bis vor vier Jahren noch gar nicht. Das ist dann auch eine Tiefenbohrung, aber nicht um warmes Wasser zu finden, sondern um Wärme, die man zum Beispiel im Sommer erzeugt oder aus Abwärmequellen bekommt, aber nicht verwenden kann, dann saisonal zu speichern und dann im Winter, wenn man wieder die Wärme braucht, dann auch wieder dort zu entnehmen. Da vielleicht ein technologischer Aspekt dazu, Fernwärme ist tatsächlich ein sehr saisonales Geschäft. Der größte Teil der Wärme wird tatsächlich im Winter benötigt und im Sommer nur noch die Grundlast, um dann eben das Wasser zu erwärmen, was wir so als Brauchwarmwasser bezeichnen. Und das ist so ein Verhältnis mit ca. 15 zu 1. Also tatsächlich im Winter ist die größte Leistung erforderlich. Man darf aber nicht übersehen, wir versorgen eben nicht nur Haushalte und Wohnungen mit Fernwärme. Das macht ca. 50% unseres Geschäfts aus. Wir versorgen aber eben auch viele Einrichtungen, die auch im Sommer Wärme brauchen, ob das nun Krankenhäuser sind oder Hotels oder auch Gewerbe oder auch Industrie. Insofern brauchen wir eben auch teilweise Wärme, immer rund um die Uhr. Aber wir haben eben auch Wärmequellen an unser Netz angeschlossen, auch heute schon, wo wir zum Beispiel aus Abfallverwertungsanlagen Abwärme annehmen. Und wir werden das zukünftig deutlich ausbauen. Wir werden auch die Grundstoffindustrie hier in Hamburg, Kupferherstellung, Stahlwerke, Aluminiumverarbeitende Betriebe an unser Fernwärmenetz anschließen, um deren Abwärme, die heute ungenutzt an die Umgebung abgegeben wird, dann anzuschließen. Diese dann zu speichern. Und dazu machen wir auch dieses Jahr die ersten Vorbereitungsmaßnahmen und werden nächstes Jahr unseren ersten Aquiferspeicher bauen. Und wenn das Projekt erfolgreich ist, werden wir da auch noch mehr von bauen werden und größere Anlagen bauen. Ja, du hast es ja gerade schon erwähnt, dein Arbeitsalltag ist sehr diversifiziert. Du hast mit vielen, vielen verschiedenen Themen und Menschen zu tun. Kannst du uns mal so ein bisschen beschreiben, wie dein Arbeitsalltag so generell aussieht? Ja, sehr, sehr gerne. Tatsächlich, der echte Alltag ist im Wesentlichen geprägt von Meetings und Büroarbeit. Wir arbeiten hier sehr eng und auch sehr gerne im Team zusammen. Das heißt, ich habe ein sogenanntes Management-Team, das wiederum Führungskräfte sind, die hier bei uns die Fachbereiche verantworten und führen und steuern. Aber wir haben neben der Anwesenheit im Büro auch natürlich, ganz wichtig, den persönlichen Kontakt zu den Kollegen, die teilweise auch außerhalb des Standortes unterwegs sind. Von den ca. 200 Kolleginnen und Kollegen, die hier bei uns tätig sind im Geschäftsbereich, ist mehr als die Hälfte tatsächlich außerhalb des Standortes unterwegs. Sowohl diejenigen, die auch Monteursarbeit ausüben, aber auch die Kollegen, die neue Fernwärmeleitungen bauen und Baustellen betreuen oder eben auch die Heizwerke und dergleichen betreuen. Insofern ist es für mich auch immer sehr wichtig, Möglichkeiten zu nutzen, tatsächlich auch vor Ort zu sein mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Heute Morgen zum Beispiel hatte ich gerade einen Standort besichtigt, wo wir große Halle demnächst bauen werden. Und das sind für mich immer Highlights, wenn man vor Ort sein kann und auch das echte Geschäft spüren sehen und auch ein Stück weit fühlen kann. Oft ein Zeitthema, das dann auch mit dem eigentlichen Büroalltag unter ein Dach zu bringen, aber gehört für mich zur Teamarbeit mindestens genauso dazu, wie auch der regelmäßige Kontakt hier mit den Kollegen vor Ort. Ja klar, also natürlich bist du in viele Themen eingebunden und brauchst da viel Zeit, aber ich finde es auch sehr, sehr cool, dass du da dann auch wirklich hands-on dabei bist als Geschäftsbereichsleiter und mal vor Ort sein kannst und quasi siehst, wie die Pläne dann in die Tat umgesetzt werden. Das ist sicher auch ein tolles Gefühl. Definitiv, das gehört dazu und gibt auch Nähe und gibt auch ein bisschen Bodenständigkeit und auch Realismus für das Ganze und ein Stück weit auch Demut vor dem, was die Kollegen Tag ein Tag aus tun und sich dafür aufopfern und einsetzen und kümmern, dass das auch wirklich alles funktioniert. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, da hast du recht und das ist schon eine tolle Leistung, die die Kolleginnen und Kollegen da aufbringen. Wenn wir das nochmal ein bisschen genauer hinschauen, wie würdest du denn so die Zusammenarbeit im Team untereinander so beschreiben? Wie können wir uns denn so die Stimmung bei euch sozusagen vorstellen? Ja, die ist tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Auf der einen Seite ist es ganz klassisch, dass wir auch eine gewisse Form von Führungskräften und Führungsebenen haben. Die direkten Führungsteam, was ich verantworte, also das Management-Team hier bei uns, mit den Kollegen habe ich natürlich auch regelmäßig in Kontakt, aber die Teamarbeit ist durchaus sehr vielschichtig ausgeprägt. Also gerade wenn wir auch in Projekten sind, da haben wir dann einzelne Projektteams und Gruppen und das Spannende daran ist, dass das eben dann Kolleginnen und Kollegen nicht nur aus dem Geschäftsbereich sind, für den ich verantwortlich bin, sondern eben aus mehreren Geschäftsbereichen. Und das macht es auch so spannend, in diesem Team sozusagen mitzubekommen, was in den anderen Unternehmensbereichen stattfindet. Das Schöne daran ist, man lernt immer wieder neue Kolleginnen und Kollegen kennen. Wir sind ja auch wie eigentlich alle Unternehmen vom sogenannten demografischen Wandel betroffen. Das heißt, viele verlassen uns gerade Richtung Altersrente und auch verdienter Altersrente und viele junge Kolleginnen und Kollegen kommen dazu. Und das macht es eben auch so spannend, dass man durch diese Projekte eben auch viele der Menschen in den anderen Unternehmensbereichen kennenlernt und auch Themen mitbekommt, die man sonst in seinem ganz einfachen Alltag eben gar nicht auf dem Schreibtisch hat. Und das finde ich immer wieder spannend und herausfordernd. Ja, das glaube ich dir. Und das klingt auch, als würde es einem total leicht fallen, sich bei euch wohlzufühlen, weil irgendwie jeder ein Zahnrad ist, manche Größe, manche kleiner, aber jeder wird gebraucht, damit diese ganze Maschinerie dann am Ende läuft. So kann man das, glaube ich, ausdrücken. Also wirklich sehr, sehr schön und auch cool zu hören, dass sich da jeder quasi bei euch einbringen kann. Und das bringt mich auch noch zu einer Frage, das ist jetzt gerade schon erwähnt, es findet gerade so ein bisschen ein Austausch statt, es kommen neue Fachkräfte nach. Du hast jetzt schon ein bisschen Erfahrung in dem Bereich. Wie empfindest du das denn? Ist das Interesse noch ähnlich groß wie früher an so technischen Berufen oder wie würdest du das beschreiben? Wie empfindest du das? Ja, da ist tatsächlich ein kleiner Wandel festzustellen. Tatsächlich die Menschen und die neuen Kolleginnen und Kollegen, die zu uns kommen, die sind super engagiert und freuen sich auch dazu zu kommen und sind auch eine Bereicherung tatsächlich für uns als Unternehmen. Wir sind so circa 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist insofern eine schöne Größe, weil man wirklich noch die Möglichkeit hat, viele der Kolleginnen persönlich auch kennenzulernen im Laufe der Zeit. Sicherlich nicht alle 850, aber es ist etwas anderes, als wenn man in einem Konzern ist, der 10 oder 20 oder 100.000 Mitarbeiter hat. Das ist noch eine schöne Sache. Aber was wir tatsächlich feststellen, ist, dass wir natürlich auch viele Menschen bei uns haben, die das Ingenieurstudium für einiger Zeit mal durchgeführt haben. Und da stellen wir dann doch fest, dass es doch deutlich weniger Menschen sind, die sich heute zu dem Ingenieurstudium hinreißen lassen, weil es vielleicht auch ein bisschen altmodisch oder ein bisschen angestaubtes Berufs-Image hat. Aber ich kann dafür wirklich mit Leidenschaft betonen, das ist alles andere als altmodisch oder angestaubt. Wir sind hier bei hochmodernen Themen dabei und die sind eben am Ende nicht nur die klassische Technik. Man ist nicht derjenige, der sich nur mit der Technik auseinandersetzt. Und insofern ist das bei uns im Unternehmen und mit der Berufsausbildung oder dem Studium des Ingenieurs eine fantastische Voraussetzung, um eigentlich dann später viele neue interessante Dinge kennenzulernen und sich auch weiterzuentwickeln. Und insofern glaube ich, ist das immer eine Überlegung wert, auch nochmal sich bei der Berufsplanung auch um dieses Thema Gedanken zu machen. Und ich kann nur die Werbung dafür machen. Es ist ein tolles Berufsbild und wir als Unternehmen geben auch tolle Einstiegschancen und tolle Entwicklungsmöglichkeiten dafür. Das klingt auch perfekt. Und ich bin mir sicher, dass sich da der oder die ein oder andere angesprochen fühlt. Und gerade bei euch gibt es ja auch wirklich viele Bereiche und Themen, bei denen man sich einbringen kann. Das ist mit Sicherheit auch etwas, was deinen Job so spannend macht. Aber was ist es denn genau, was dich jeden Morgen gerne zur Arbeit fahren lässt? Was ist dein Wofür? Wir sagen so ein bisschen, auch wenn es ein bisschen altbotisch klingt, wir sind eigentlich eine große Familie hier in der Fernwärme. Und ich schätze es sehr, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Und mit zusammenzuarbeiten meine ich wirklich auch, sich zu sehen und sich auch mal zu sprechen und bei einer Tasse Kaffee das ein oder andere Thema mal durchzusprechen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen. Aber natürlich auch das ganz große Thema, was ich eben ansprach, ist, dass die Energiewende in aller Munde ist. Wir gestalten sie wirklich. Und wir setzen das auch um. Das ist manchmal auch herausfordernd. Das ist auch manchmal stressig. Aber das ist positiver Stress. Denn im Grunde genommen arbeiten wir hier an der Zukunft der Energieversorgung. Und zwar der klimafreundlichen und der fossilfreien Energieversorgung. Und das ist ja eines der Themen, was wirklich täglich motiviert, wenn wir da unseren Beitrag dazu leisten können, eben den menschengemachten Klimawandel zumindest zu verzögern oder vielleicht auch aufhalten zu können. Und das ist ein spannender Pfad, der da vor uns liegt. Und wir drücken uns selbst jeden Tag die Daumen, dass wir das auch tatsächlich dann am Ende so umgesetzt bekommen. Ja, also die Daumen, die drücke ich euch auf jeden Fall auch. Und eins kann ich auch sagen, diese Aufbruchsstimmung und dieser frische Wind, der ist auf jeden Fall bis hierher nach Wien zu spüren. Soha! Also wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Und ich bin ein großer Fan von euch und von dem, was ihr tut. Danke dir nochmal für diese tollen Einblicke. Es hat wirklich sehr großen Spaß gemacht. Und ich habe sehr, sehr gern zugehört. Danke, dass du da warst und mach's gut. Ja, lieber Mario, auch dir lieben Dank. Schöne Grüße nach Wien. Und danke, dass ich heute Teil bei euch hier im Podcast sein durfte. Ciao! Ciao! Ciao!